Das ist eine Klugbiografie des Monats. Nächsten Monat bringen sie den Komiker Steve Allen. Aber sieh, als Elvis Presley ist schon über 10 Jahre tot. Ach ja? Und wie erklärst du mir dann dieses schreckliche Foto von Elvis von der Show in Disneyland Piraten der Cardi-Weg? Die hab ich auch gesehen. Dann haben wir ein Augenzeugen. Als auch wenn Elvis noch lebte, würde er sich niemals öffentlich zeigen, wo man schreckliche Fotos von ihm macht. Also hier ist etwas, das auf dich überzeugen dürfte, unglaubliche Kate. Ein Foto von Elvis auf dem Tröbelmarkt. Was kaufst du denn da? Eine Radkappe? Das ist eine Gürtelschnalle.